Willkommen zur US-Vorbörse, liebe Zuschauer. Ja, die Zeichen stehen weiterhin auf Erholung an den internationalen Aktienmärkten. Auf die Indikationen von Dow Jones und Co blicken wir gleich. Jetzt erst mal wenden wir uns unseren Blick nach Frankfurt an die Börse zu Patrick DeWayne, unserem Korrespondenten vor Ort. Hallo Patrick. Auch in Frankfurt weiterhin grüne Vorzeichen beim DAX, oder? Lieber Marco, ja, das ist ein ziemlich guter Start in die Woche, den wir da sehen, seit die Vorzeichen aus Amerika von der letzten Woche und heute Morgen aus Asien allesamt grün waren, sind auch wir hier heute im Bann des grünen positiven Vorzeichens beim deutschen Leitende der DAX. Aktuell ein Plus von anderthalb Prozent, 11.732 Zähler markiert er. Er war zwischenzeitlich sogar schon noch ein Tickchen höher. Aber wir wollen nicht unzufrieden sein. Die Performance kann sich wirklich sehen lassen. Und das ohne, dass wir große Zahlen gesehen hätten. Es sei denn, wir würden uns die Verbraucherpreise uns mal ein bisschen genauer angucken. Die sind nämlich gesunken von 1,3 auf 1 Prozent im Juli. Und die EZB guckt da mit besonderen Argus-Augen drauf, denn sowohl die Konjunktur als auch die Verbraucherpreise implizieren jetzt, dass man tatsächlich in Sachen lockerer Geldpolitik noch eine Schippe drauflegen kann. Das beflügelt dann hier die Märkte natürlich auch, denn man weiß, die Inflation ist kein Hindernisgrund, dass die EZB hier weiter beispielsweise Anleihekäufe macht. Wenn wir uns die Einzelaktien angucken, stellen wir fest, besonders sind die Aktien von Infineon gefragt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Branchenkollege aus Amerika in WIDA gute Zahlen vorgelegt hatte und eine gute Performance hingelegt hat, sondern auch daran, dass die OBS nochmals ihre Kaufempfehlung mit 23,50 Euro bestätigt hatten. Zudem sind Titel gefragt wie ThyssenKrupp beispielsweise. Und das ist schon erstaunlich, denn Standard & Poor's hatten ihr Kreditrating von BB auf BB- heruntergenommen. Allerdings, das war erwartet worden und die Politik mischt sich jetzt auch ein. Und man hat so das Gefühl, dass alle Beteiligten auf Seiten von ThyssenKrupp und als auch von der Politik jetzt wissen, was die Uhr geschlagen hat und dementsprechend ins Handeln kommen. Und da reden wir dann ja auch ganz schnell wie die Aufzugsparte. Auf der Verliererseite oder auf der etwas schwächeren Seite ist es RWE. Die waren die ganze Zeit sicherer Hafen. Das ist jetzt so ein bisschen draußen. Auch Bayersdorf hinken dem Markt hinterher. Allerdings haben die trotzdem heute wieder ein neues All-Time-High gemacht. 110,75 Euro. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Sehr gerne, Marco. Also grüne Vorzeichen beim DAX. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt bis zum Handelsende heute. Zumindest von der US-Seite kriegen wir aktuell keine Störfeuer, denn da dürften Dow & Co. auch mit grünen Vorzeichen in den Handel starten. Wir sehen hier ein Plus von über einem Prozent, genauso beim S&P 500. Und auch der Nasdaq wird 1,3 Prozent im positiven Bereich erwartet. Großes Thema bleibt natürlich die Berichtssaison, bzw. der Handelsstreit. Aber die Berichtssaison ist auch noch nicht ganz zu Ende. Da sehen wir diverse Werte, die in dieser Woche noch Zahlen vorliegen. Ist aber alles mehr so zweite, dritte, fast schon vierte Reihe. Ein paar große sind noch dabei. Heute nach börslich Baidu beispielsweise. Cree gibt es morgen noch nach Handelsschluss. Splunk dann am Mittwoch oder auch Target noch am Mittwoch. Und morgen Vorhandelsstart Home Depot. Und Home Depot, da wollen wir jetzt etwas expliziter drauf blicken, auf die Erwartungen der Analysten. Was erwarten sich diese? Es wird, wie gesagt, morgen die Zahlen geben. Der Gewinnjahr-Aktie, der soll bei 3,09 Dollar liegen. Im Vorjahresquartal lag dieser noch bei 3,05 Dollar. Wäre also eine Steigerung. Diese Steigerung wird auch beim Umsatz erwartet, beziehungsweise, um genau zu sein, eine Steigerung um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer der Ausblick. Was wird hier erwartet beim Gewinnjahr-Aktie? Der dürfte dann im Gesamtjahr bei 10,12 Dollar je Aktie liegen, gegenüber 9,89 Dollar noch vor einem Jahr. Umsatzseite im Gesamtjahr schauen wir uns auch noch an. Da erwarten sich die Analysten im Durchschnitt 111,3 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es noch 108,2, die hier generiert wurden. Zahlen, wie gesagt, morgen vorbörslich. Da legt Home Depot diese vor. Apropos Steigerung, Zahlen, Wachstum. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Apple. Apple konnte nämlich ein Wachstum in Sachen App Store verzeichnen. Trotz Handelsstreit ist es Apple gelungen, das Wachstum im App Store im Juli deutlich auszubauen. Und zwar, um genau zu sein, 19 Prozent. Im Juni zum Vergleich, da war es ein Zuwachs von 14 Prozent. Und besonders bemerkenswert, das Wachstum in China, das betrug im Juli 20 Prozent. Also trotz Handelsstreit. Die Strategie, sich hier immer unabhängiger zu machen von den iPhone-Verkäufen, die scheint also bei Apple so langsam aufzugehen. Die Watches verkaufen sich sehr gut. Und wie ich jetzt eben gerade erwähnt habe, läuft es halt auch in Sachen App Store rund. Deswegen hat morgen Stanley Apple jetzt mit Overweight bewertet und das Kursziel auf 247 Dollar festgelegt. Aktuell notieren wir hier etwa bei 206 Dollar. Das dürfte also in etwa einer Steigerung einem Potenzial von 20 Prozent entsprechen. Außerdem haben sich ja auch der Apple-Chef Tim Cook und Donald Trump vergangenen Freitag zum Abendessen getroffen. Und ein Thema war natürlich auch der Handelsstreit. Und Tim Cook hat Donald Trump zum Nachdenken angeregt. Er hat gesagt, er hat vor den weiteren Zöllen auf chinesische Waren gewarnt, also vor diesen Strafzöllen gewarnt. Denn er sagt, dass das vor allem auch dem Konkurrenten Samsung in die Karten spielen könnte, die eben nicht mit den gleichen Restriktionen konfrontiert seien wie Apple. Donald Trump hat dann im Nachhinein von einem schlagenden Argument gesprochen, das Herr Cook da geliefert habe. Und eben auch gesagt, dass er da wirklich jetzt drüber nachdenkt, über die Worte von Tim Cook. Mal schauen, was da noch alles passiert in Sachen Handelsstreit, bleibt sowieso eines der Hauptthemen momentan am Markt. Wir blicken auf ein Unternehmen, eigentlich ein deutsches Unternehmen, die Softding AG. Aber man hat einen US-Konzern übernommen. Und zwar Phoenix Digital. Hat mir nichts gesagt. Phoenix Digital Corporation ist ein Hersteller von Glasfaser-Optik-Modulen für besonders sichere und robuste Datenkommunikation bei Industriesteuerungen. Die Softding AG erhofft sich dann in den kommenden Jahren durch diese Übernahme zusätzliche Umsätze von bis zu drei Millionen Euro jährlich, nachdem man dann die Produkte von Phoenix Digital in das eigene Portfolio erfolgreich integrieren konnte. Die Aktie reagiert heute eigentlich kaum. Wir sehen leichte Verluste von 0,3 Prozent nach diesem Zukauf. Zuletzt ist die Aktie ohnehin immer wieder, oder man hat versucht, über die 200-Tage-Linie auszubrechen. Diese Versuche waren aber auf Jahressicht nicht von Erfolg gekrönt. Zuletzt hat man sich sogar deutlicher davon entfernt. Auch natürlich hat das zu tun mit der Schwäche des Gesamtmarktes. Dann noch Alibaba. Auf diesen Wert wollen wir zuletzt blicken. Alibaba ist ja bereits seit 2014 an der Wall Street gelistet. Und seit längerem, diese Nachricht ist auch bekannt, oder dieser Fakt ist auch bekannt, möchte man eine Zweitnotiz anstreben in Hongkong. Das wäre auch sehr prestigesträchtig, denn das würde man als Erfolg werten, wenn dies dann in Kürze gelingen sollte. Angestimmt ist auch eine Zweitnotierung von 15 Milliarden Dollar, also doch recht ordentlich. Man hat auch dort eigens die Regeln gelockert, um eben chinesische Technologiekonzerne an den heimischen Aktienmarkt zu locken. Aber jetzt wird das Ganze so ein bisschen erschwert oder behindert, diese Zweitnotierung, durch die andauernden Proteste in Hongkong. Die erschweren die Börsenpläne von Alibaba. Man spricht jetzt offiziell davon, dass die Pläne im Fluss seien. Und es gibt verschiedene Zeitpläne, hat man gesagt. Also auch da ist noch nichts sicher, wann wie wo, also wo schon, aber wann das Ganze vonstatten gehen soll. Die konkreten Konditionen, die gibt es noch nicht. Scheint also noch nicht wirklich kurzfristig anzustehen, sondern eher mittel- bis langfristig. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Hier nochmal ein letzter Blick auf den deutschen Leitindex, der sich weiterhin moderat, oder nein, deutlich natürlich, nicht moderat im Plus befindet. 175 Punkte, ein Plus von 1,5 Prozent. Das wird er momentan sehen. 11.738 Zähler der aktuelle Stand des DAX. Damit ist er wieder recht deutlich, auch über der 200-Tage-Linie im Moment. Das war's mit der US-Vorbörse. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche noch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.